Musik So Ja, wir starten mit Yoshis Cookies Ich bin gespannt Was uns erwartet Wir spielen mit dem Wii Yoshi, was wir beim letzten Mal freigestaltet haben Und sind die jetzt in der Wolkenwelt? Fragezeichen Yoshi Okay, Knöpfe Können wir die Nee, die können wir natürlich nicht zu Eier verwandeln Okay Kekse decken sich auf Was seid ihr denn? Okay Ach, die schlappeln sich wieder auf Okay Wie Twomps In dem Sinne Ah Monty ist wieder Monty ist mein Endgegner Die gibt's hier wieder So, erstmal ein Vorrat Okay, wir sind hier in der Ziemlichen Happy-Welt Oh, da sind Da ist Wolle Ah, ich weiß, wie ich drankomme Okay So Aber gibt's da oben noch was? Bestimmt Nee Da gibt's nix Ah, Monty ist wieder Okay, weg du Äh, gibt's da was? Nee, hier gibt's wieder Knöpfe Ah, ha, 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 okay Da unten seh ich schon was Dazu müsste der Keks Aber hier weg So Okay, zerquetscheln will ich nicht So Äh, ich will aber da Oben alles einsammeln Esser ist Ah Leben Leben, 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 leben Leben wir Okay, kann ich auf die Knöpfe springen? Ja, kann ich Jetzt will ich mich noch schlau anstellen Das kann ein bisschen dauern Da, siehste Ach, komm So schwer ist das nicht Ich will aber ganz nach oben Ja So Äh, mit Leben sieht mies aus Ja, seh ich Aber, äh War da rechts noch was? Ah, Gott Let's for watching Ah, noch einmal Komm, schieß nochmal Ah, ich will da hoch Ah, komm schon Also, wir sind auf Welt 3 angekommen Und, äh Hier gibt's nix Gibt's da was? Und, äh Jetzt wird das Spiel langsam Schwerer Hoffe ich Okay, wir haben hier ein Shagai da Okay, da gibt's da Röhre. Die wollen wir erstmal aufdecken. So, Ränder. Äh... Okay. Ich glaube, ich verstehe. Jo. So. Äh, das war Blume Nummer 2. Ich hab irgendwas verpasst. Das fängt schon gut an. Irgendwo hab ich... Okay, wir starten jetzt mal das Level von neu. Wir haben eh was verpasst. Bum. Weil es ja so schön war. Epic Fail, ja. Irgendwo ist eine Blume gewesen. Da ist wieder Monty. Weg mit dir. Hier sind Leben drin. Na ja. Joshis Cookies. Ja, Name ist Programm. Definitiv. Oh nein, ich wollte den Scheugei fressen. So, das war Wolle Nummer 1. Jetzt müssen wir uns mal ganz genau hier umsehen. Hier oben war nix, ne? Wieso hab ich das Gefühl, als ob da unten irgendwas ist. Oder hier unten? Nein? Okay. Da unten seh ich aber... Ah, ich glaub, ich weiß. Testen wir mal. Oh, ja klar. Hier kann ich doch den Keks abschießen. Da. Aber hier ist keine Lume. Aber Stempel. Okay, hier oben. Ah, da haben wir's doch. Okay, einmal warten. Den Monty einmal vernichten. Dö, dö, dö. So. Randa, die Leben holen. Das war voll. Jetzt geht der Quatsch wieder los. Wir machen das ganz chillig. Ich muss gedrückt halten, wenn ich drauf springe. So. Zack. Das war so einfach. Wieso hab ich mich so blöd angestellt wieder? Bam. Genau. Der Quatsch. Weil wegen ist so, ja. Zack. Randa. Alles einsammeln. Nein! Oh, das war knapp. So. Ja, das ist alles so fröhlich hier, aber das ist ja... Uiuiuiuiui. Äh, neun Stempelmünzen, zwei Blumen, zwei Wolle. Erster Bereich soweit fertig in dem Level. Äh, sieht gut aus. Äh, okay. Ich will Wollknäuel. Jetzt ist da... Die Frage, ist da links was? Nein? Okay. Zack. 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 Okay. Äh, ich will aber noch nach unten hin. Aha. Wolle. Wolle. Du kriegst den Knopf zurück. Okay, da ist auch noch was. Ah, okay. Warte, bevor ich den abschieße, da fallen bestimmt Edelsteine runter, ne? Okay. Fall nicht runter, aber... So. Okay, was geht hier ab? Easy. Wir haben schon vier Wolle. Okay. Bäh. Ist hier was? Ne. Dann weg mit euch. Schlaufe. Dort sehe ich einen eingepackten Monty. Den will ich noch nicht befreien. Jetzt erst. Und dann gibt es die Blume, die nächste. Hm, sind soweit gut dabei. Okay, da unten in eine Röhre will ich rein. Du drehst dich um. Danke. Ah! Der willst du mitnehmen, fühle ich. Ein Wolken-Yoshi. Der ist ja wie Yoshi-Puschel. Ähm. Okay, was geht hier ab? Oha! 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 Haben die eine Falle gebaut, du. So, Blumen sehen ganz gut aus. Ja, aber Diabetes fühle ich hier auch. Obwohl hier alles Wolle ist. Aber Yoshis Cookies, das ist halt, äh... Na, das ist Programm. Definitiv. So, gibt es hier noch was? Hier ist... Das ist auf jeden Fall der letzte Bereich in dem Level. Gibt's hier irgendwas? Ich will da hoch. Kann ich nicht. Oder? Vielleicht? Ne? Okay. Jetzt will ich da hoch. Okay. Okay, okay. Zwei. Nehmen wir mit. Gibt's hier irgendwas Tolles? Nein? 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 Dich hol mal... Oh, ich hol mal so. Dann machen wir kein... Keine halben Sachen. Äh... Ich will auf jeden Fall da hoch. Ja. Next. Letzte Wolle. Jetzt will ich da runter. Das können wir doch so hinbekommen, ne? Ja. So, gibt's da irgendwas? Ne? Ja, ja, ja. Ich wollte nur gucken, ob da in der Mitte was ist. Nicht runterfallen, Yoshi. Wir haben volle Leben und die wollen wir mitnehmen. Ja, gut. Das wäre Leben gewesen. Weg mit dir, Monty. Okay. Einmal durchrennen. Gucken, wie sich das stapelt. Okay. Erstmal gucken. Erstmal gucken. Stapelt sich echt hoch. Äh... Gut. Wie öffnet sich das? Öffnet sich so. Aha. Ich will da hoch. Wie machen wir das? Ich mach erstmal die Wolke hier. Ah! Okay. Einmal aktivieren, bitte. Und dann gucken wir mal. Okay. Zack. So. Und jetzt. Aha. Aha. Gutes Moveset. So. Zwei Stempelmützen fehlen uns noch. Dann sind wir durch. Mit dem Level. First Fall wäre nett. Wäre wirklich nett, Leute. Bitte. Eins. Aha. Okay. Da kommt noch mehr. Jawoll. First Fall. Bitte. Den Fail am Anfang lassen wir mal unkommentiert. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. So. Jetzt kriegen wir aber schon so ein Cookie-Yoshi, oder? Oder Keks-Yoshi oder was auch immer. Cookie-Yoshi. Ja. So. Was haben wir hier? Ja. Ach. Rakete. Rakete. Jetzt geht's hoch hinaus. So. Wir nehmen Cookie-Yoshi und gehen zum Mobile-Marathon. Okay. Bam. Ein Mond. Ein Stern. Die Musik kennen wir auch schon aus... Ah! Woher kennen wir die Musik? Aus Welt 1, glaube ich, ne? Kennen wir aus... Ah, ja! Okay, okay. Das funktioniert hier wie eine Wippe. Mobile... Sind das hier... Okay. Hatte ich als... Ich glaube, als Kind hatte ich sowas gar nicht. Hattet ihr sowas so, als solche Mobile über dem Bett? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sowas hatte. Ich kann mich aber auch irren. Okay, da ist bestimmt eine Wolke zwischen... Ja. Dä, 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 dä. Ah, die Musik passt zu dem Level. Ah! Ist hier was? Ah, sah so verdächtig aus. Eine ganze Welt. Da ist eine Piranha-Pflanze, die beschützt doch irgendwas. Bam. Blup. Äh, ich will auf jeden Fall... Hier hin. Eine Trepe. Die bringt uns zu einer Röhre. Äh, aber... Die Piranha-Pflanze, die ist doch nicht umsonst da. Aha. Das wäre ziemlich random. Was... was gibt's hier? Ach, ne Wolle. Okay. Du hast ein Clip erstellt. Wahrscheinlich wegen dem A, ne? Schön. Ähm, wir wollen erst mal in die Röhre... Ah! Ah, hier kommen die rollenden Vögel, Mann. Der rollt auch die Treppe hoch. Okay. Ich bin in der Rakete. Nice. Ah, gefickt! Wieso könnt ihr jetzt Treppen hochrollen? Eui, 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 eui. Ah, okay. Äh, schießen. Achso, aktiviert sich dadurch nicht. Okay. Komm mal, ja? Ja. Ja. Ja, schlechtes Timing. Okay. Ja, ich habe die Mechanik verstanden mit diesen überfressenden Vögeln. Was auch immer ihr seid. Ich kenne euch aus Yoshis Island. Da wart ihr aber kleiner und konntet fliegen. So, was geht hier ab? Wieder Zeit? Da, 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 da kommt ein Vogel! Ist das euer... Wie soll ich dem ausweichen? Ich will erst mal runter. Oh Gott! Oh Gott, was ist hier los? Äh, ein Treffer und Ende im Gelände. Äh. What the heck? Okay. Das schafft man nicht. Oh, was? Das hat bitte keine Stempelmütze da unten gewesen. Den letzten. Sonst dürfen wir den Quatsch nochmal machen. Diese Gemeingefährten. Ja, das stimmt. Äh, Leben. Danke. So. Ei, 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 ei. Aber wie gesagt, Kindergarten ist, glaube ich, jetzt vorbei. Obwohl das, äh, eigentlich vom Setting her anders aussieht. Ähm, da unten ist doch garantiert was. Komm, erst mal raus, du dickes Ding. Kann ich da rein? Nein. Ja, toll. Äh, 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 äh. So. Ein bisschen Ruhe bewahren hier. Hier oben aber. Wieso alles auf Zeit, Leute? Ich will jetzt mal die Piranha-Pflanze weghaben, bevor es hier auf Zeit losgeht. Da auch. Sehr schön. Oh. Das hätte ich nie im Leben gefunden. Das war reiner Zufall jetzt. Oh. Äh, äh, äh. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Oh. Gränder. Okay, da gibt's hier so ein, äh, Vögli. Da auch. Ja, äh, ich freu mich, dass ihr euch küsslich amüsiert. So, hoch da. Das will ich einsammeln. Was gibt's hier? Gut, Stempelmünze. Wir haben 16. Das sieht eigentlich solide aus. Jetzt müssen wir hier doch wahrscheinlich schlau sein, ne? Kann ich das? Kann ich schlau sein manchmal? Manchmal schon, aber... Manchmal habe ich meine Momente, aber... Oft. So. Geh weg. Ja. Wir kommen nie mehr zurück, ne? Um das hier zu entfädeln. Ich weiß nicht, ob es da was dahinter gibt. Ah. Das ist böse. Ah, wir wollen die Blume haben. Wir wollen die... Natürlich wollen wir die Blume haben. Weil wir kommen nie mehr zurück. Oder gab's da unten was? Ah. Ich denke mal, das Level werden wir nochmal neu spielen müssen. Oder halt nochmal. Okay. Aber erstmal so viel snaggen, wie es geht. Weil wir haben nur zwei Wollen. Ganz ehrlich. Da fehlt auf jeden Fall was. Okay, wie komme ich da... Ach ja, klar. Hochspringen, bitte. So. Dritte? Okay. Uns fehlt keine Wolle. Ähm. Nice. Okay, hier ist nix. Das heißt, wir können hoch. Da gibt's ne Wolke. Leben. Mein Leben wird trotzdem eng. Äh. Ja, wir gehen mal in den nächsten Bereich. Drei Stempelmünzen. Das ist... Das ist auch im letzten Bereich machbar. Oh Gott. Okay, okay. Kriege ich dich da hinten? Äh. Oh, äh. Das geht ja noch weiter rund. Ah. Äh. Ja. Gut. Mit vollem Leben will das eh nix hier gerade. Aber... Wir gucken mal. Gut. Ich will da... Oben hin. Oh. Guck mal hier. Leben. Leben. Ähm. Wollte schon sagen, wie komm ich hier wieder weg? Ich will da oben hin. Da... Da ist Abgrund. Da will ich... Da kommen wir gut. Da, du... Da. Tja. Ähm. Ah. Nochmal. Ja, komm noch ein bisschen runter. Haha. Passt. Vorne hinten nicht. Ich... Ich muss dich höher bekommen, ne? So. Schnell. Zack. Ah, geht doch. Nein. Ich will da hoch. So. Jetzt muss ich mal kurz Chat nehmen. Äh, ich hatte die... Ich will da mal schnappen. Oh. Bibi. Mann. Ah, hier ist... Guck mal. Guck mal, guck mal. Ja. Ja. Fein. Ah, ich fühle halt mit Yoshi mit. Das muss, äh... Das muss sein, sonst schafft er es nicht. Ähm, wie funktioniert das hier? Mal eben gucken. Also, Sonne und Mond. Das funktioniert. Äh, hier ist auch noch was. Haha. Okay. Noch zwei Stempelmünzen. Das ist möglich. Das ist auch noch. Danke. So, gibt's da irgendwas? Ich weiß... Ja, haha, ja, haha. Mal gucken, ne? So, eine fehlt uns noch. Und wehe, die war jetzt mit dabei, wo ich das mit dem Jumping ver... verdattelt hab. Nein, geht an mir. Nein. Nein, geht an mir. Komm schon. Ach da. So. So. Randa. Ah, okay. Ah, ja. Okay, das sieht aus wie Ziel. Aber uns fehlt noch eine Wolle und eine Blume. Also, es ist das Ziel, oder? Ja, es ist das Ziel. Aha. Ähm. Wir haben da die vierte Wolle in dem Bereich auf jeden Fall geholt. Das heißt, das muss es hier auf jeden Fall noch geben. Die Blume, die muss es hier auch noch irgendwo geben. Irgendwo. Hier schon mal nicht. Ah. Was haben wir denn hier? Blume. Okay. So. Wo gab's die Wolle? Waren wir hier unten schon? Aha. Ein Weg. Gut, das ist die letzte Stempel Münze. Das ist schon mal sehr fein. Danke, Spiel. Leben werden wir nicht schaffen. Das heißt, wir müssen das Level sowieso nochmal machen. Mit Voll Life dann durch. Aber alle Stempel Münzen, alle Blumen, alle Wolle. Das ist schon mal wichtig. Nein, das schafft der Entsprung nicht. So. Ah. Ah. Da. Und los. So. Ab ins Ziel. Uff. Also das Level war ja schon, äh. Ei, 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 ei. Okay. Klupp. Auf jeden Fall häkeln wir uns den nächsten Yoshi zusammen. Eine roter, bunter Yoshi. Roter, bunter Yoshi vor allen Dingen. Äh. Spielzeug, Yoshi. Was haben wir da? Okay. Sieht interessant aus. Auf jeden Fall, äh. Wir müssen das Level nochmal machen. Und, äh. Damit voll Leben einmal durchwaschen. Durchwaschen. Durch dieses Level. Ich komme auf Ideen. So, letzter Abschnitt. Wir haben nur dicke Eier dabei. Was ihr jetzt aus den Bits macht, ist euch überlassen. Das war fast gut. Ja, natürlich Freilandhaltung. Ne, sieht man doch an den, äh, Fäden. Das ist alles Freilandwolle. Von, äh, glücklichen Schafen. So, äh. Ja. Level schon fertig. So schnell geht's. Wer weiß, was kommt, ist, äh, alles in Ordnung. Denk ich, hoffe ich, glaube ich. Ah, wieso läuft denn jetzt mal eine Nase, Mann? So, äh. Wir nehmen auf jeden Fall Spielzeug Yoshi. Den roten, bunten Yoshi. Und, äh, gehen, äh, Schall, äh, nee, Schallrollen. Ja, äh, Schallrollen-Schikane. Ich hatte mal ein bisschen. Genau.